Herzlich Willkommen bei Heikos Marktupdate, heute mal mit einer speziellen Ausgabe dazu, wie ihr Finanzkennzahlen am besten einsetzen könnt. Ja, herzlich Willkommen hier bei Heikos Marktupdate, heute mal mit einer allgemeinen Ausgabe zum Thema Finanzkennzahlen. Welches es da gibt und was da wirklich wichtig ist, das habe ich in einem anderen Video schon einmal aufbereitet. Mir geht es heute darum, wie man am besten diese Finanzkennzahlen einsetzt. Dafür habe ich sieben Tricks für euch, wie das am besten gelingt. Der erste Trick, nicht immer nur auf Datenpunkte, sondern auf Entwicklungen schauen. Das ist eigentlich was Grundsätzliches, was man natürlich bei Unternehmen macht. Man schaut nicht immer nur auf einen Datenpunkt, sondern nimmt die Entwicklung. Und das ist wirklich etwas, was bei Kennzahlen, ob jetzt Ertrag, Umsatz oder Cashflow, ganz wichtig ist. So kann man schlicht und einfach Entwicklungen sehen, die sich bei Unternehmen auftun, ob positiv oder negativ. Am besten natürlich soll es stetig mit den Gewinnen nach oben gehen, stetig mit dem Cashflow nach oben gehen. Dann ein zweiter wichtiger Punkt, wenn es möglich ist, auf branchenspezifische Kennzahlen schauen. Auch das ist wichtig, denn die gibt es natürlich bei Bilanzen. Da kann man natürlich sofort und schnell innerhalb einer Branche sehen, ob ein Unternehmen eben gut ist oder nicht. Beispiel Pharmaunternehmen. Hier spielt es eine wichtige Rolle, wie hoch der Anteil der Entwicklungskosten zum Umsatz ist. Da kann man schauen, wie das Portfolio und die Pipeline mit neuen Produkten quasi aktuell die Bilanz belastet. Aber was eben auch an Umsätzen da ist, also ob es da ein ausgewogenes Verhältnis gibt. Ihr seht schon, das ist ein Thema, was etwas spezieller ist, wo man genauer hingucken kann, sollte, muss. Das ist an jedem eigentlich selbst überlassen. Aber es gibt eben für verschiedenste Branchen die verschiedensten Kennzahlen, auf die man gucken kann. Der dritte Punkt, da geht es darum, eben nicht nur auf historische Werte zu schauen. Ich habe ja die Entwicklung schon angesprochen, dass man eben nicht nur Datenpunkte nimmt, sondern dass man auch zurückguckt, aber eben am besten auch nach vorne guckt. Denn für jedes Unternehmen gilt natürlich an der Börse eigentlich der Blick in den Rückspiegel. Der ist gut, aber an der Börse, da wird die Zukunft gehandelt. Also schaut hier am besten nach vorne bei den Finanzkennzahlen. Was gibt es für Schätzungen von Analysten? Dann passen diese Schätzungen wiederum mit dem zusammen, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Diese Datenreihen sind eben wirklich ganz unerlässlich, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie Unternehmen aufgestellt sind. Ja, und dann muss man natürlich bei diesen ganzen Kennzahlen, die wir hier sehen, bezogen auf Ertrag oder Umsatz sehen, das sind Indikatoren, aber natürlich keine harten Messdaten sozusagen. Er hat immer einen gewissen Spielraum dabei und auch das muss man sehen. Also auch keine Überinterpretation dieser Daten liefern, denn das kann auch mal in die falsche Richtung führen. Und vor allen Dingen, da sind wir wieder bei der Branche, Kennzahlen innerhalb von Branchen können sich verschieben. Schauen wir auf die Lebensmittelbranche derzeit. Dann dürften die Margen im Vergleich der vergangenen zehn Jahre deutlich höher liegen. Aufgrund, ja, zum einen der Inflation, aber eben viele Unternehmen waren auch in der Lage, hier höhere Margen durchzusetzen. Nichtsdestotrotz bleibt der Lebensmittelhandel schwierig und die Margen sind hier immer extrem gering. Oft nur im Bereich von 1 bis 3 Prozent. Dann sind es jetzt aktuell Ausreißer nach oben, die wir hier erleben. Also hier wirklich auch immer genau schauen und nicht die Bedeutung zu hoch ansetzen von einzelnen Kennzahlen. Denn auch das sollte man wirklich an dieser Stelle nicht tun. Nun existieren Unternehmen ja, und das ist der fünfte Punkt, existieren Unternehmen ja nicht im luftleeren Raum, sondern immer auch das wirtschaftliche Umfeld dabei bedenken. Wenn wir auf Bilanzkennzahlen schauen, werden wir sicherlich alle natürlich noch im Kopf haben, dass wir die Krisen Jahre 2020 und 2021 gesehen haben. So, das wissen wir, wenn wir uns Daten aus dieser Zeit anschauen. Aber wenn wir weiter zurückgehen, dann muss man schon überlegen, Moment, 2011, warum hat es da vielleicht so einen Ausschlag gegeben? Eurokrise. 2007, 2008, 2009 globale Finanzkrise. Aber irgendwann ist das Gedächtnis nicht mehr so genau da. Und man weiß nicht mehr genau, welche Einflüsse es vielleicht zu der Zeit gegeben hat. Aber gerade bei langen Entwicklungen und langen Datenreihen immer auch auf das wirtschaftliche Umfeld schauend, in dem sich die Unternehmen bewegt haben. Bezogen auf Corona, da gab es Gewinner, aber da gab es Verlierer. Und das Ganze hat sich natürlich teilweise auch rasch verschoben. Alles, was mit Online zu tun hatte, ist in den ersten Jahren oder in den Corona-Jahren deutlich nach oben gegangen. Viele andere Branchen haben aber stark gelitten. Genau da muss man eben schauen, wie das wirtschaftliche Umfeld zu bestimmten Zeiten war, um dann auch die Zahlen genau interpretieren zu können. Und die Analyse von Kennzahlen macht am meisten Sinn, wenn man sich auf verschiedene Kennzahlen konzentriert. Also nicht wirklich nur auf der einen Seite guckt und immer nur eine Kennzahl sich raussucht und die über alle Unternehmen drüberlegt, über die Bilanzen drüberlegt, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das reicht nicht aus, um ein Unternehmen tatsächlich richtig analysieren zu können, sondern möglichst einen großen Datensatz nehmen und breit gestreut auf Unternehmen schauen. Hinsichtlich der Ertragskraft, der Umsatzentwicklung, Entwicklungskosten und, und, und. Alles, was dort hineinspielt, kann man dann eben wirklich auch als Basis heranziehen und für sich auch feststellen, okay, das gibt dann wirklich eine breite Datenbasis, mit der ich mich dann bei dem Unternehmen auch wohlfühle. Und nicht nur Finanzkennzahlen nehmen, sondern auch noch weitere Daten nehmen, um das Bild des Unternehmens tatsächlich auch komplett zu machen. Also wirklich nicht nur die Finanzkennzahlen heranziehen, sondern Branchenentwicklung nehmen, Entwicklungsstufen, die es gegeben hat, neue Produkte, die gekommen sind, neue Entwicklungen, die es in einer gesamten Branche gegeben hat, auch so etwas beachten, wenn man Unternehmen tatsächlich analysiert. Dann, wenn man diese sieben Tipps, die ich jetzt aufgelistet habe, wenn man diese beherzigt und bei der Analyse der Kennzahlen einsetzt, bekommt man relativ schnell ein umfassendes Bild vom Unternehmen und kann so eben auch besser die Chancen und Risiken von Investments abschätzen. Und wie gesagt, welche Kennzahlen wichtig sind, das habe ich noch in einem anderen Video aufbereitet, aber das war mir hier jetzt wichtig, mal klarzustellen und klarzumachen, wie man mit solchen Kennzahlen umgeht, damit man da auch wirklich für sich bei der Analyse von Unternehmen wirklich gute Daten und auch gute Rückschlüsse rausziehen kann für die eigenen Investments. Das soll es gewesen sein in dieser Woche bei Heikos Marktupdate mit diesem allgemeinen Blick auf die Bedeutung von Kennzahlen und wie man sie am besten einsetzt. Alles Weitere zu Kennzahlen in einem weiteren Video, aber natürlich auch mal regelmäßig hier bei Heikos Marktupdate. Marktupdate. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.